Ich soll mich mal lachen, wie einen auf! Ich vergesse, was uns an den Rücken schmeißt. Ich darf es auch noch an den sonstigen Gedanken denken, wie ihr da bist. Ich habe einen kleinen Zettel von einem Ruf, als ich, Katami, so wäre ein Ruf im Gehirn. Ein größer Ruf? In der Masse geht zurück, das pure Hintetjurende Land, Indonesien! Ich sage, dass wir es immer raus, jeden Tag, sondern ein Schrecklicher wie der Zweiter. Was ist die Fanat? Ich soll von einem paar Muslimen gehen? Lass ihn ab! Amen! Amelow, ich darf es vergessen an der Vergangenheit. Das hat es heute! Wir müssen uns schlagen in einer Frau auf die Kühe. Dann schlägt man sich von der Eidigkeit, von der heiligen, teuren, pflegt, was. Inziehen Sie ein Muster. Verhandeln Sie ein Kriegnehmer. Räten, mein Kind, können Sie mehr schädlich wie ein Schwert. Das ist die Kochen! Nein, nein, nein! Aua! Aua! Bringt sie mich jetzt zurück! Ihr ist ungekommen letztens mit einem Anspritzerte gewesen. Sie meckt aus alles, was der Mensch gedacht. Trabke, ich kenn den echten Nomen. Falsstuhl al-Khamdidi. Oh, wie kennst du deinen Nomen? Sollen alle ihn sehen, was passiert? Wenn wir folgen die Chance, dann passt das mal fein. Noch ein bisschen? Wird ganze Indonesia da frei von ihm? Einmal nicht. Ich kenn dich von nirgends. Ich wollte es euch sagen, aber es ist ein Mann, wenn ich mich als ein Jatte des Schmaier nur der Pasha weiß, Masad von wo sich mein Eibig schicker willet. Du siehst sieß du siehst und sieh das zater gewert Man sammelt sich auch an, man nimmt Dokumenten. Ich bin nicht der trächtige Schwindler, wie du bist. Der Ruf hat den Zettel keinem unterschrieben. Jetzt hört's nicht, kann man weiß, aber der Zerwur ist falsch. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020